Ich habe eine. Ich bin im zweiten Stock. Ah, ich geh noch einen runter. Ich lasse ihm den Rest hier oben. Ich bin ganz runter gefallen. Moin. Haben wir hier eine Mosambik. Auf ihre. Wir haben Robotics. Runde 1. Start Ring Countdown. Der Luthier. Der Luthier. Der Luthier. Was? Der Luthier ist was? Das blaues Körperschild. Ist da noch eins für mich übrig? Ja. Ich dachte das wäre für den anderen. Wo ist das? Hast du in welcher Etage bei dir? Hier bei mir. Direkt bei mir. Ich habe eine Havoc hier. Alles gut. Ich habe Longbow und Flanline. Der Longbow Flatline. Hier ist ein DMA Longbow. Wir müssen da gleich rüber, wa? Ja. Ich habe auch noch einen Light Mag. Oh ja, das würde ich nicht. Ich bin bei dir. Danke. Oh. Hier ist ein Schrotflintenpastus. Stufe 3. Ich habe gedacht, da wäre einer. Wo? Bei dir. Weil, oh, 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 oh. Ich habe den Dings nicht mitgenommen. Ich habe den Dings nicht mitgenommen. Ich habe hier eine Anpassung. Verschattet. Was meinst du damit? Ich nehme mal so einen 6-fach Scope mit. So, let's go, wa? Ja, ich bin oben schon. Oder wohin dahin? Ne, da wo die Shots herkommen. Wo fahren wir denn hier? Irgendwo da, wo ich gepinkt habe. Genau, los. Ich bin schon da. Und los geht's. Noch ein Stückchen weiter. Ziel gesichtet. Ja, da drin. Bei mir ist einer. Gegner da drüben. Komm. Der ist weg. Ich habe den Champion gesichtet. Ein Ärger. Champion ausgeschaltet. Guter Arbeit. Da hinten noch weiter. Zielgerichtet. Neuer Killspitzenreiter. Augen offen halten. Wir kommen mal hier raus. Über die Tür. Wir sind hier drin. Stelle Kontakt zum Feind her. Hört auf zu luten, ihr Gesichter. Ich lute nicht. Ich versuche hier rauszukommen. Kann ich... Hab einen... Lull. Da kommt noch was. Wir haben den kompletten... Wir haben geschossen. Wir sind hier drin. Kommt von hinten. Ja, ich seh's. Unser Matt kommt von hinten. Nice. Schön. Ich hab noch gar nichts gemacht. Guter Kill, mein Freund. Da war hier eine 301 drin. Nein, eine 99. Hier ist eine R99. Da ist aber noch mehr, ne? Ich hab mal Gegner, ne? Ja. Lade Schilde. Lade meine Schilde auf. Wenn du einen Zweifach-Skill siehst, ich würd's klingeln. Ich brauch Heavy, Alter. Heavy hab ich vier. Soll ich was kriegen? Ja, ich hab 80 gerade gefunden. Ich brauche schwere Munition. Ja, da lege ich mir was ab. Krass, ich hab mein 6-fach Scope gedroppt. Das ist hier immer noch drin. Warte mal, ich hab ihm die geklaut. Hier ist schwere Munition. Wo ist das 6-fach Scope? Hier ist dein Longbow. Hier ist dein erweiterteres leichtes Magazin. Hier ist dein erweiterteres leichtes Magazin. Warte, da geht's, Digga. Nur ein Kratzer. Sekunde. Links von uns. Da, oder? Ja. Erkunden wir diesen Weg. Okay. Okay. Loll, wie wacke ich die Sipp, Alter. Kann man noch weniger treffen. Siehst du was? Nee. Was war? War doch close. Ja. War doch close. Lockernd drin oder so. Soll ich mir Sipp rüber machen? Worüber? Da rein? Jo. Darüber. Warte, die müssen hier rüber kommen. In der Zone. Ja, ich sehe sie. ich habe nicht getroffen ich habe kein ordentliches gut die feiten nach was darüber ich bin jetzt schon hier hier bei mir ich bin gleich da gerade ja was bei mir haben den geholt der slow die bengalow ich habe den ok geschossen ja ich habe 50 oder so habe ich gemacht dann war die muni alle ich habe keine brille besser ist wenn ich habe mir übrigens zweifach scopes ja ich habe jetzt ein zweifach alles gleich aber auch ein sechsfaches bisschen viel ich glaube links von uns haben auch noch schwarz oder wirklich ich weiß nicht ganz der richtung zu erhalten oder was oder willst du noch längst einmal rumgucken was machst du dann ist er noch heavy drin ich habe achte ich habe das reicht weil ich habe so ja ich habe die flatten einer auch noch da ich sehe nichts ist jetzt läuft die bahn schien lang hinterm schein einer einen bengalow habe ich schon gesehen ein bengalow dann wollen wir den mal bengeli bengel in den arsch du machst richtig laute steps hier mit deinem klim bei den klimmen ja da eine britze bratze ist da auch ja ich glaube nicht mehr ähm bist du das portal zu nehmen meinst du nicht nehmen aber warte doch jetzt wieder auf dem weg warte steht weg rechts runter wo ist ein bengler hin war da hinten glaube ich hier bei mir ist noch was ich müsste hier drunter sein da die halt sich von hier links sie sind da kann machen die haben wird keiner wir gehen runter wir können jetzt die fight noch selbst einer brennt hinten links aber hier ist noch einer hab an du kriegst alle da kommt was auch einer hoch goldene eva8 nice aaaah der hat den absoluten shit mitgebracht dann können wir doch ob da ein bisschen her wie er da wird er etwas mitgebracht der da unten war echt schlecht der kann hier kommt mal ja komm da musst du mit longbow durch die gegend ballern mache ich so viele spritzen mit ich brauche aber noch heavy hier da ich habe 21 ja glaubt mir im letzten moment aber das war echt ich hab dir das jetzt alles wollte das hier bringen hier irre hier ist eine shitzelle oh ja die bräuchte ich da sind auch noch mehr drin in den anderen beiden kisten danke ja ich meine ich stehe jetzt auf range stehe ich da wie der letzte duli ne ja das heißt so aber ich treffe mit der longbow eh nichts also von daher vielleicht mal nuller hit darunter hauen oder die frage ist okay ich stehe unter beschussen freunde hier ist dein geburtstagsgeschenk du stehst direkt mit deinem katholisch lol ist oben auf dem turm da drüben also noch mehr vorskopp dann könnte ich irgendwie weg holen nee ich habe nur zweifach ein lila helm und spritze die haben wir auch sparen können das ist doch mit dem sie mit der sieb hierüber der sitz hinten auf dem turm da der sitzt unten das gefällt mir nicht jetzt habe ich meine longbow weggelegt und jetzt geht auf range oder was kommt man hier durchs fenster kommt mit der sitz links er kommt nicht ran unter uns erhaltlich der tipp den ich angeschlossen wollen wir rein ja das mit das runter sind mehrere hinter dir zwei aber auch ein nur noch eine race wie sie drin ist drin ist aber auch die sind durchs portal ich bin durchs portal welche richtung dachte schon ich bin tot oder habe mich schon liegen gesehen aber wie die race hat gar nichts getroffen die doch nicht geschossen hat er nicht eine hit hat getroffen hat mich so überrascht und mit zur prüse wir müssen wir müssen da oben lang durch die zone das ist doch links hier das ist ein tunnel das ist ein weg oder der tunnel ich kenne die karte nicht totally lost 14 spaßartiger wenn du brauchst von hinten können ja nicht mehr kommen ein theoretisch jetzt ist natürlich scheiße wenn die oben in den gebäuden sitzen haben ein problem du ja du auch die schießen jedoch ins ohr schloch wir lassen nuller hit vorgehen er guckt erst mal kannst du dir ganz allerdings da oben drauf man das macht so laute steps ihr beiden robotics beinahe ich denke hier war jemand vielleicht kriegen kreiber hit das wäre es mit mir schmecken ein einziger ein einziger der kennt wie cool ich das gemacht habe ich kann noch nicht angehen wir sind safe in dem haus vielleicht gibt es da lang was gutes ich bleibe hier auf beobachtungsposition auch hier nein ich bin runtergefallen wo ist er bestimmt drei leute die irgendwo in der ecke rumsitzen hatte pass auf die kreiber habe ich doch gesagt er da ich komme nicht mehr zu dir hoch ein schild weg wir sind im tunnel der kreiber hat auf mir oder ich gehe von der seite sie schießen erst mal mit allen granaten die sie haben wir müssen einfach nur hier halten die müssen zurückkommen die müssen zurück die kann dort nichts machen wir müssen einfach nur da halten ich habe nichts mehr ich hatte nur eine axt da und auch eine granate wo die du bist du musst gleich ein stückchen weiter zurück ne denk dran die kommen da auf jeden fall nicht mehr raus ist das so wir haben sie auch nicht die werden aber in deine richtung rauskommen das heißt du musst dann gleich zur seite wir können von oben holen die kommen wir haben schon funktioniert ich halte ich geh zurück die heilen sich auch noch nicht wenn du seines selbst ich repariere mich selbst jetzt kommen sie ich gehe auch nicht mehr der kreiber hat noch ein bisschen der schild weg der mirage vergessen dass ich so viele schildstellen habe ich habe die kommen müssen jetzt kommen ich komme auch ich mache mit dem der 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 hat ich habe ich bin gespannt wie viel du hast ich habe nur unterstützt vom schaden nimmt sich das so nicht viel unterstützt er hat auch nur einen kill mit 769 schaden